Kommt ab! 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 Ohne Zäger-Buchmann! Wäre das alles hier nicht möglich gewesen? Ich dachte doch nicht, dass wir tatsächlich aufsteigen! Ja, ich auch nicht! Aber warum sitzen wir denn denn jetzt hier? Nein, ich in vier Trainingseinheiten mehr aus denen rausgeholt habe, als andere in sechs! Doch für den letzten King, den letzten Winzi gut ein! Du müsstest Profi sein! Du müsstest Profi sein! Gutmann! Du müsstest Profi sein! Kommt ab! Was werden die Anhänger zu dem Wechsel sagen? Man hat hier in Darmstadt eine Straße nach mir benannt! Das ist eine Katastrophe! Nein! Das ist doch Fußball! Nur Fußball? Als ob die Linien nur daraus bestehen würden! Tun Sie doch! Die ganze Stadt klotzt auf uns! Nö! Wir haben eine Leichtathletikabteilung! Wir trainieren im selben Staat! Nein, das ist ein Bundesliga-Verein! Hier könnte auf den H-Platz gehen! Wir sind genauso Linien wie Sie! Hey, wir wollen uns doch nicht streiten! Doch! Darf ich Ihnen behöflich sein! Die Frauen sind ganz einfach! Frauen freuen sich besonders über Bücher zum Kochen und Packen! Gerade jetzt im Weihnachtsgeschäft! Inge! Einfach zu zerspiegeln! Na 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 na! Für Sie selbst hätte ich ein schönes Büchlein von uns! Halt dein Hund! Was trauen! Ja! 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 Na 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 na! Das kann nicht schöner sein! Die deutsche Meisterschaft gehört für uns allein! Darmstadt ist das so ein Häuschen? Eben! Meine Herren! Ich sag's mal wie es ist! Also, rein rechnerisch haben wir mir schon eine Chance bekommen! Darmstadt hat genug eingeschrägt! Wir müssen einfach nur so spielen wie im letzten Jahr! Es ist einmal Leben in der Bude! Der Wiesentiment! Einmal öffentlicher Lust gewinnt statt rumgeknoddert! Die Situation wird wieder aus! Wiesentiment! Bapop-Kunst-Ka! Im Pogodas-dorminara! Bapop-Kunst-Ka! Kein Wunder, dass die Welt nicht besser wird! Wenn überall Festus-Zeron-gesteuerte Arschlöcher alles mit ihrem Männerscheiß überschütteln und nichts anderes mehr sehen! Untertitelung des ZDF, 2020